Das Thema von heute, liebe Geschwister im Islam, ist das Thema Widerlegung der sogenannten Kadjaniya-Sekte. Warum reden wir über so ein Thema? Warum reden wir über so ein Thema? Weil es sehr wichtig ist für uns Muslime, dass wir über, normalerweise heute, wir können nicht eigentlich über andere Sachen reden, aber wir machen auch immer Sachen fürs Internet und viele Leute profitieren davon. Es gibt eine Gruppe im Islam, die viele Menschen hier in Deutschland und weltweit in die Irre führt. Und zum Kuffer ruft, weil sie verschiedene Abweichungen in ihrer islamischen Lehre haben. Und deswegen gehört es mit zum Amr bin Marufa, dass man erstens für Leute, die neu im Islam sind, den richtigen Islam deutlich klarlegt, damit die Leute geimpft sind und nicht in die Fänge von falschen Gruppen reinfallen. Die zweite Sache ist, dass derjenige, der eventuell in die Fänge dieser Gruppe gefallen ist, dass er davon wegkommt. Und der dritte Grund ist, dass man Argumente lernt. Argumente lernt von seiner Religion, wie man mit diesen Leuten inshallah reden kann. Das ist sehr wichtig. Erstmal, was sind die Probleme dieser Gruppe? Was sind überhaupt die Probleme dieser Gruppe? Die Probleme dieser Gruppe ist, dass sie einen Menschen nach dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, nach Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, zum Propheten ernannt haben. Das heißt, sie sagen, es gibt einen Propheten nach dem Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen ist das Problem, ihr sagt, ala'udhu billah genau, deswegen ist das Problem, mit dem diese Gruppe kommt, kein kleines Problem, sondern es ist ein Problem von Iman und Kuffar. Denn es ist ganz klar, dass wenn jemand sagt, er ist ein Prophet, und er ist kein Prophet, dass er ein Kaffir ist, ein Ungläubiger. Und dass diejenigen, die ihm glauben, auch Kuffar geworden sind. Und auf der anderen Seite, wenn ein Prophet da ist und man glaubt nicht an den Propheten, dann ist man selber weg von der Religion. So, und dieser Mensch behauptet nicht nur, dass er ein Prophet ist, er ist am Anfang des letzten Jahrhunderts, weil er im 19. Jahrhundert gelebt hat, dann im 20. Jahrhundert, im Jahre 1918, wenn ich mich jetzt nicht irre, gestorben ist. Und er hat behauptet, er wäre ein Prophet, er hat behauptet, er wäre der wiedergekehrte Isa ibn Maryam, Jesus, der Sohn der Maria. Und er hat behauptet, er wäre der Mahdi. Also drei Dinge auf einmal. Und hier muss man natürlich wissen, wie man auf solche Punkte antwortet. Denn ihr sagt jetzt, ja, ist ja klar. Jeder Muslim sagt jetzt, ja, ist ja klar. Wer sowas erzählt, ist doch ein Kehrpferd. Aber wenn natürlich diese Leute mit ihren Argumenten kommen, dann musst du auch Argumente entgegenhalten können. Weil ich frage dich jetzt zum Beispiel, wenn ich euch jetzt frage, welches Argument hast du denn dagegen? Wenn ich jetzt sage, ja, wir glauben an den Propheten Mohammed, aber danach ist noch ein Prophet gekommen, was würdest du dann sagen? Hast du eine Idee, was du sagen würdest? Du glaubst nicht, dass ein Propheten an den Propheten Mohammed kam, oder? Alhamdulillah. Hast du ein Argument, was du dagegen halten kannst? Ja, siehst du, wir wissen das, wir haben unsere Akhida, aber wir müssen die Beweise haben. Man muss zum Beispiel aus, deswegen bringe ich diese Sache, wenn du mit diesen Leuten argumentierst, denn die gehen über die Straße, die sind sich besser am Bewegen als wir. Die machen Broschüren, die haben Moscheen, die haben Radiosender, die haben Fernsehsender in England. Ja, und um ihren Delal zu verbreiten. Ja, da musst du Argumente haben, da musst du sagen, such 33 Vers 40. Womä kana muhammadun aba hadim ar-rajalikum wa laikam rasulallah wa khatam nabi'in. Pum, muss wir aus der Pistole geschossen kommen. Mohammed ist nicht der Vater einer eurer Männer, sondern der Gesandte Allahs und al-Khatam nabi'in. Und al-Khatam nabi'in, der Siegel der Propheten. Nach ihm kommt kein Prophet mehr. Sallallahu alayhi wa sallam. Ja, das meine ich. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir dieses Thema haben, denn, wenn jemand da zu dir kommt und erzählt dir irgendwelche Geschichten, vielleicht bringt er dich durcheinander. Oder vielleicht bringt er deinen Nachbarn durcheinander und du sagst dann, ja, guck mal, die glauben an jemanden, der hat dies gemacht und das gemacht und das gemacht und du kannst mit deinem Nachbarn, der Muslim ist, kannst du gar nicht darüber reden, kannst ihm nicht sagen, das ist falsch und das ist falsch. Nicht, dass er das Kritik versteht oder so, sondern ich will das nur, ich sage das nur energisch, damit wir es verstehen. So. Erstmal. Es gibt drei Anzeichen, drei Dinge oder es gibt mehrere Dinge, aber ich erzähle euch heute drei Dinge, die Kennzeichen sind von Al und Bida bei ihrer Argumentationsweise. Immer. In den meisten Fällen. Erstens, sie bringen Dinge, die sprachlich genau fixiert im Koran stehen, versuchen sie eine andere sprachliche Bedeutung zu geben, eine sprachliche Bedeutung, die teilweise absurd ist und in allen Fällen nie so verstanden wurde von den Gefährten des Propheten Mohammeds. Ich gebe euch ein Beispiel, ein klassisches Beispiel, zum Beispiel heute, wenn wir sagen, das Kopftuch ist im Islam Pflicht, Surah 24, Vers 31, Surah 33, Vers 55, Surah 33, Vers 59, ja, da steht Hijab, da steht Khima, da steht Jilbab, alles, deutet darauf hin. Da kommen heute Gruppen und sagen zu dir, ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir die Argumente haben. Sagen Hijab, das muss nicht unbedingt heißen, das, was ihr versteht, kann. Khima, muss nicht unbedingt heißen, das, was ihr versteht, kann das bedeuten. Jilbab, muss nicht unbedingt das heißen, was ihr sagt, kann was anderes bedeuten. Das heißt, sie kommen mit einer anderen sprachlichen Bedeutung. Hier müssen wir die Argumente haben. Was sagen wir zu denjenigen? Hier, dann erzähl mir doch mal, was heißt denn Hijab? Was kann das denn noch bedeuten? Hier, das ist sehr wichtig, weil, das hört ihr heute oft, da sagt jemand, Kopftuch steht gar nicht im Koran. Kopftuch steht gar nicht im Koran. Müsst du nicht darauf achten, Kopftuch steht nicht im Koran. Was sagst du dann zu ihm? Dann musst du das auswendig lernen, 24 Vers 31, beispielsweise. Oder in Surah 33, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala dort? Er sagt, ja, wa idha salltumuhuna mata'an, fassalluhuna min warai hijab. Wenn ihr sie fragt, fragt sie hinter einem Hijab. Wir wissen, was Hijab in der arabischen Sprache bedeutet. Aber sie sagen, das muss es nicht bedeuten, kann noch einen Vorhang bedeuten. Sagen wir, okay, Vorhang ist richtig für uns, denn das würde wieder bedeuten, dass der Augenkontakt nicht vorhanden sein soll. Dann kommt der Nächste, sagt, ja, es hat noch eine andere Bedeutung. Es kann bedeuten, eine gedachte Distanz, durch die Schutz entsteht. MashaAllah. Gut, dann setzen wir mal gedachte Distanz, durch die Schutz entsteht, in den Vers hinein. Und wenn ihr sie nach einem Gegenstand fragt, so fragt sie hinter einer gedachten Distanz, durch die Schutz entsteht. Hallo Elfriede, bring mir mal den Kaffee. Es gibt überhaupt gar keinen Sinn, gedachte Distanz, durch die Schutz entsteht. Das ist reiner für ihre Herzen und für eure Herzen. Quatsch. Das zeigt, dass das, was sie sagen, total verkehrt ist. Dann die Nächsten. Allah sagt im Koran, oder eine andere Gruppe, wie zum Beispiel Ahbash, Allah sagt im Koran, ja, Ar-Rahmanu al-Arsh istawa, der Alabama hat sich über den Thron erhoben. Er sagt, ja, das heißt nicht über den Thron erhoben, das heißt, er hat Istila, Istila bin Mana Istila, das heißt Besitzergreifung. Ach so, Allah hat Besitz vom Thron ergriffen. Wem hat der Thron denn vorher gehört? Beispielsweise, ja, oder zum Beispiel Shia, ja, da finden wir zum Beispiel der Vers im Koran, wo steht, die zwei Meere treffen zusammen und Lu'lu wal Marjan, Lu'lu die Perle und Marjan die Korallen, da sagen die zwei Meere, zwei Meere, verstehst du, was zwei Meere sind? Da sagen die zwei Meere, sind Ali und Fatima und Lu'lu und Marjan ist Hassan und Hussein. Immer so. Also erstens Sprachverdrehung. Zweitens, falsche und gelogene Hadithe, die benutzt werden. Zum Beispiel von Mu'tazila, bei denen Tauhidullah ist, der Glaube an Allah ist, bei denen, wenn ich zum Beispiel euch jetzt frage, was bedeutet La ila illallah? Ich frage mal jemanden, kann mir einer sagen, was La ila illallah bedeutet? Sag mal. Ja, ja, okay, er hat jetzt gerade gesagt, es gibt keinen Gott außer Gott. Okay, was heißt Gott? Für dich? Lenker Herrscher. Okay. Lenker Herrscher, der alles erschaffen hat. Sehr gut, MashaAllah. Sehr gut. Lenker Herrscher, also der hat garantiert meine Kassettenbefeuze, ich immer sage, der Lenker Herrscher. MashaAllah. Nee, Bruder, ist gut, ist gut, ich wollte nur fragen. Gut, wenn ich jetzt sage, der Lenker Herrscher, und ich sage, es gibt keinen Lenker Herrscher außer Allah, dann ist das richtig, was ihr beide gesagt habt. Es ist beides richtig, was ihr gesagt habt, aber ist nicht vollständig. Weil ich kann sagen, es gibt nur einen Lenker Herrscher, aber später auch noch andere nehmen ihn an. Und das ist genau die Bedeutung von Mu'tazila. Bei Mu'tazila ist der Tauhid, ganz alleine, dass du sagst, es gibt einen Gott, der alles erschaffen hat und der alles lenkt und der der ewig unabhängig ist. Das war's. Also bei vielen Mu'tazila heute. Und wenn du dann gehst zu ihren Büchern von Tauhid, weißt du, was die dir bringen? Die bringen dir nur Beweise, dass es einen Gott gibt. Dass es einen Beweis, dass es Gott gibt und die Apotheke ist ein Beweis, dass es Gott gibt und so weiter, bringen die Gleichnisse. Aber dass es nur einen Gott gibt, wissen die meisten sowieso. Die meisten Menschen. Das Problem der meisten Menschen ist was? Dass sie anderen neben Allah anbeten. Wer sagt das, sage nicht ich, das sagt Allah im Koran. Allah sagt im Koran, sagt er ganz deutlich, Das heißt, spricht, der Prophet soll fragen, wer versorgt euch von Himmel und Erde? Und wer hat Macht über Gehör und Gesicht? Und wer bringt das Tod aus dem Lebendigen davon, das Lebendige aus dem Tod? Und wer regelt alle Angelegenheiten? Lenker, was sagen die? Allah. Die sagen Allah. Wer hat das gesagt? Die Mushrikun in Mekka, die der Prophet bekämpft hat. Mit denen der Prophet Dawa gemacht hat. Was war denn ihr Problem? Die haben schon geglaubt. Das hat sie schon verehrt von Ismail, von Abraham, dass es einen Gott gibt, der größte Gott, Allah. Aber die haben sich Götzen drum herum gebaut. Genau wie bei den Christen. Im Endeffekt, Jesus, wenn du zur Bibel gehst, hat Gott alleine angebetet. Aber im Jahre 324 nach Christus, auf dem Niceischen Konzil, haben sie Jesus auch zu einem Gott gemacht. Das heißt, im Ursprung war die Religion rein, und sie haben diese Religion verändert. So auch bei den Arabern. Der Vorfahre Ismail, bei ihm war die Religion noch rein. Was sich vererbt hat, war der Glaube an Allah, dass er der oberste Gott ist. Aber sie haben andere Götter angebetet. Und jetzt, wenn wir zu den Büchern gehen, von diesen Leuten, die von Mu'tazila beeinflusst sind, da findest du zum Beispiel ein Hadith, wenn du sie fragst, warum hat Allah dich erschaffen? Wir haben gesagt, die zweite Eigenschaft nach Sprachverträgen ist was, dass sie sagen, sie kommen mit falschen Aussagen. Sie sagen, es gibt einen Hadith Kutzi, der Hadith Kutzi sagt, dass Allah gesagt hat, ich war ein verborgener Schatz, und ich wollte erkannt werden, da erschube ich die Welt. Das ist eine Lüge. Laut diesem Hadith reicht es, an Gott zu glauben, ohne Tat. Weil du musst nur Gott erkennen. Es gibt Gott. Aber im Koran, was steht dort? وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّ الْيَعْبَدُونَ Ich habe die Menschen und die Jinn erschaffen, damit sie mir dienen. Seht ihr den Unterschied? Das heißt, mit diesem Hadith biegen die das ganze Verständnis von Tauhid um. Das findest du heute bei Leuten, die man als Mujahedid ausgibt, aber die wird auch noch eine spezielle Kassette gemacht in Schamber. Dann, also was war das Erste gewesen, was die Leute machen, die mit Bidder kommen, die mit falschen Sachen kommen? Was war das Erste? Was war das Erste? Das Erste, womit sie kommen? Sprachverdrehungen. Das Zweite war, das wir gerade genannt haben? Genau. Jetzt das Dritte. Sie erwähnen Dinge, die mit der Sache gar nichts zu tun haben. Das heißt, du hast vielleicht einen Beweis für eine bestimmte Sache, aber dieser Beweis kann an einer bestimmten Stelle total unangebracht sein. Ich gebe dir ein Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, glaubt an das Buch oder glaubt an die Bücher, die vorgekommen sind. Zum Beispiel sagt Allah, er sagt ganz einfach, er sagt ganz einfach, da sagen jetzt die Christen, ja, guck mal, ihr müsst doch an die Bibel glauben, aber die Bibel, da gibt es ja Unterschiede zu eurem Koran. Aber glaubt mir, wenn du mit einem darüber diskutierst, dann mit dem Argument kommt, das kapiert er im Leben nicht. Da kannst du zehn Jahre diskutieren, kapiert er nicht, weil er nicht kapieren will. Du sagst zu ihm, ja, stimmt, wir glauben an das Buch, was herabgesandt wurde, aber das, was ihr jetzt in der Hand habt, sagt, da sind Teile richtig und Teile verkehrt. Und wir müssen an das glauben, was davon richtig ist, denn das erklärt Allah subhanahu wa ta'ala in einem anderen Vers, nämlich in Suche 5 Vers 48, wo er sagt, وَأَنْسَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِلْحَقِّ Wir haben zu dir das Buch in Wahrheit herabgesandt, مُسَدِّقَ اللِمَا بَيْنَ يَدَيْمِ الْكِتَابِ als Bestätigung für das, was bei ihnen ist, Bestätigung für das, was richtig ist, وَمُحَيْمِنَنَ عَلَيْ als Richter darüber, was davon richtig ist und was davon falsch ist. Das heißt, der Beweis, den du bringst, den du bringst, dass wir an die Bücher glauben sollen, ist kein Beweis dafür, dass das Buch nicht verfälscht ist. Versteht ihr? Das heißt, ein Beweis an einer falschen Sache angebracht. Das sind die Eigenschaften von Alun Bida Waddele. Dass er mit Sachen kommt, die gar kein Beweis in sich selber sind. Jetzt kommen wir zu diesem Mirza-Rulam Ahmed, kommen wir zu seiner ersten Behauptung von der Kadiania, der sagt, er wäre ein Prophet. Jetzt sagen wir erst mal als Vorwort dazu, zu dem Thema, damit wir es richtig tiefgründig verstehen, auch für jeden, der leider in die Fänge dieser Gruppe hineingefallen ist, damit er es richtig versteht. Wenn ein Prophet, und ich frage euch, wenn ein Prophet nach dem Propheten Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam kommen würde, was wäre die Pflicht des Propheten? Weil Allah sagt im Koran, in Surah 4, Vers 150, 151, sagt er diejenigen, wir glauben an die einen Propheten, aber nicht an die anderen, sagt er, das sind die wahren Ungläubigen. Das heißt, wenn jetzt ein Prophet nach dem Propheten Sallallahu alayhi wa sallam kommt, und wir glauben nicht an den Propheten, an diesen Propheten, dann sind, dann wären wir die wahren Ungläubigen. Richtig? Wenn ein Prophet nach dem Propheten kommt und wir glauben nicht an ihn, dann sind wir die wahren Ungläubigen nach Aussage des Korans. Wer an einen einzigen Propheten nicht glaubt, ist Kepfer. So jetzt, was wäre also die Pflicht des Propheten Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam, wenn ein Prophet kommt? Was würde der uns sagen? Der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam, was ist seine Eigenschaft? Rahmatan al-alamin, barmherzigkeit. Und seine Absicht ist, die Menschen recht zu leiten. Er will nicht, dass du in den Kuffer fällst. Also was würde der machen? Was würde der machen? Hat er eine Antwort? Wenn nach dem Propheten Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam noch ein Prophet kommen würde, was würde der Propheten Mohammed machen? Der würde es sagen. Und was würde er noch machen, damit wir wissen, weil, okay, wenn er sagt, da kommt ein Prophet, dann würde er diesen Propheten beschreiben. Warum? Damit wir wissen, na, pass auf, nach mir kommt noch ein Prophet, ihr müsst an diesen Propheten glauben. So wie Isa ibn Mariam ganz deutlich gesagt hat im Koran, als Isa ibn Mariam gesagt hat, dass er ein Prophet ist. Und um ein Frohbotschafter zu sein, dass nach mir, sagt Isa ibn Mariam, ein Prophet kommen wird, dessen Name Ahmed ist. ganz klarer Fall. Ganz klar. Nach mir kommt ein Prophet. Der heißt so und so. Und wir wissen von den Schriftgelehrten, von Salman el-Farisi, der vorher Christ gewesen ist, dass er von seinen Gelehrten genau wusste, dass der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam ein Geschenk nicht annimmt. Eine Sadaka nicht annimmt, aber ein Geschenk annimmt, obwohl er eine Sadaka annehmen dürfte. Aber der Prophet sagt, nein, nicht für mich. Und dass er an dieser Zeit, an diesem Ort, in einem grünen Landschaft, Medina, kommen wird und dass er hinten in seinen Schulterblättern ein bestimmtes Zeichen hat vom Prophetentum. So klar haben die Propheten das gesagt. Und was sagt Allah im Koran über die Leute der Schrift? Ya rifunahu kama ya rifunah abnahu. Sie kennen den Propheten Mohammed, das sind so, wie sie ihre Kinder kennen. Das ist heutzutage nicht mehr, aber zur damaligen Zeit, sie wussten es. Und wir wissen von den Juden, die in Medina waren, sie sind vor Jahren nach Medina gezogen, weil sie wussten aus ihren Schriften, dass in dieser Stadt der letzte Prophet kommen wird. Das heißt, die Botschaft war ganz deutlich. Und Abdullah ibn Salam, der größte Gelehrte der Juden, hat den Glauben an den Propheten Sa'a Salam auf diesen Grund angenommen, weil er genau seine Zeichen erkannt hat. Und das steht noch, was wussten sie noch? Sie wussten, dass er ein Analphabet ist. Den Propheten, den Gesandten, der das Lesen und Schreiben unkundig ist, den sie bei sich im Buch wiederfinden. Das heißt, wenn ein Prophet nach dem Propheten Mohammed, Mitz Salam kommt, wird der Propheten uns ganz deutlich sagen, ohne Missverständnisse, welche Eigenschaften er hat, und die Botschaft des Korans ist nicht entstellt. Wir haben authentische Hadith, wir haben den Koran. Die Botschaft des Islam, die Quellen sind da. Gehen wir zum Koran und schauen uns an, was wir dort finden. Denn der Koran ist die, sagen wir mal, die Primärquelle mit der Sunna. Aber der Koran ist, wo alle Muslime einig sind, dass das, das unverfälschte Wort des Allmächtigen Gottes ist. Dort finden wir in Surah 33, Vers 40, das Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und dann müsst ihr euch merken, den Vers, wenn ihr mit diesen Leuten diskutiert. Surah 33, Vers 40, وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِّ مِرْجَلِكُمْ وَلَيْكَنَ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مِنَ بِيينَ Mohammed ist nicht der Vater einer eurer Männer, sondern der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten. Was heißt das Siegel? Versiegelt. Danach kommt kein Prophet mehr. Der letzte Prophet. Sagst ihr, bitteschön, Thema erledigt. Wir können wieder nach Hause gehen. Karl-Heinz, bring mal den Tee, das Thema, die Diskussion ist beendet. Chalas, Koran-Fers. Leuten, die wir den Koran glauben, wir den Koran. Also, Thema ist erledigt. Aber so einfach machen es die diese Leute nicht, sondern womit kommen sie jetzt? Sie sagen, da steht Khatam in der Bejin, aber das hat eine andere sprachliche Bedeutung. Was haben wir eben gesagt, was ist die erste Eigenschaft von den Leuten, die der Bitter folgen, immer? Ja, ist eine andere, die Wörter verdrehen. Dann sagen wir, was ist denn die Bedeutung? Ja, Khatam kann auch bedeuten, wie Ring, und wie der Ring an der Hand die Hand verziert, so verziert Mohammed, das Prophetentum. Maschallah. Andere Bedeutung, das heißt nicht, letzter Prophet, das heißt, der beste Prophet. Also, Mohammed ist schon der beste Prophet, aber wir haben einen anderen Propheten, der ist auch gut, ist ein Prophet, der ist der letzte Prophet. Sagen wir, Subhanallah, gut. Erstmal ist das, was ihr erzählt, jetzt schon Unsinn, jetzt schon Unsinn, ganz klar, ja, ist jetzt ganz klar daneben, aber okay, dann sagen wir, okay, wie müssen wir denn den Koranvers verstehen? Denn wie erklärt sich der Koran? Als erstes erklärt sich der Koran mit Koran, als zweites erklärt sich der Koran mit Sunnah, als drittes der Koran von den Zahabern, dann Terbi'in und dann von der Sprache. Dann gucken wir doch mal, was darunter verstanden wurde unter diesem Vers. Erstmal Koran mit Koran. Selbst wenn hier stehen würde, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, der beste Prophet ist, oder wie der Ring ist, dann würde das noch lange nicht bedeuten, dass dieser Vers bestätigt, dass nachher ein anderer Prophet kommt, oder? Und wir haben gesagt, der Koran müsste den Beweis bringen, nachher bekommt ein Propheten, der sieht so und so und so und so aus. Richtig? Das heißt, deine These jetzt schon widerlegt unsere These nicht, weil ihr jetzt noch keinen Beweis habt, dass ein Prophet kommt, aber ihr müsst mit einem Beweis kommen, dass ein Prophet kommt. Und wenn ein Prophet kommen würde, würde der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, das nicht nur einfach offen lassen und sagen, ja, ich bin der beste Prophet, oder Allah würde sagen, er ist der beste Prophet, sondern er würde sagen, aber nach mir kommt noch ein Prophet. Denn wenn ihr an den nicht glaubt, seid ihr Kuffar. Ja? Natürlich wird dann der Ahmadi sagen, ja, nee, wir sagen nicht, dass ihr Kuffar seid. Wir sagen erst mal, es widerspricht dem Koran. Weil der Koran sagt, ganz eindeutig, wenn ein Prophet nicht glaubt, ist Kaffir. Und in euren Heften, weil die versuchen auch oft rumzutricksen, leider werden noch viele von denen gefangen, steht in Anwar al-Khalafat von Mirza Mahmoud, das ist der zweite Khalif von Ihnen, auf Seite 90. Es ist unsere Pflicht, alle Nicht-Kadianis als Nicht-Muslim zu betrachten und nicht hinter ihnen zu beten, denn für uns haben sie einen Propheten Gottes abgelehnt. Dann an anderer Stelle sagt er, Kalimatul Fassl von Mirza Bashir Ahmed, Seite 110. Jeder, der Moses akzeptiert, aber nicht Jesus oder Jesus akzeptiert, aber nicht Mohammed oder akzeptiert Mohammed, aber nicht Al-Masih Al-Maw'ud, so nennen sie ihren Propheten, Mirza Rulam Ahmed heißt er, die sind nicht nur Kuffar, sondern harte Kuffar außerhalb der Religion des Islams. Also muss es deutlich sein, deine Verdrehung von dem Vers 234 ist noch kein Beweis, dass es nach dem Prophet einen Propheten geben würde. Und was haben wir gesagt? Wenn ein Prophet kommen würde, würde der Prophet das deutlich machen, weil du an ihn glauben musst. Jetzt gucken wir mal, wie der Koran denn diesen Vers erklärt. An anderer Stelle sagt Allah im Koran, in der Suche 5, Vers 3, Al-Jawma akmeltu lakum dinakum. Heute ist eure Religion vollkommen. Das heißt, kommt kein Prophet mehr, braucht kein Prophet mehr zu kommen. Die Religion ist vollkommen für alle Menschen. Wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakum l'islamadina und habe meine Gnade und ich ausgeschüttet und bin mit dem Islam für euch als Religion zufrieden. Das heißt ganz klar. Andere Sache sagt Allah, Surah 15, Vers 9, inna nahnu nazzelna dhikr wa inna lahul hafidhu Wir haben diesen Emmanuel herabgesandt, den Koran, wir werden sie schützen. Warum schützen? Weil es kommt kein Prophet mehr danach. Weil wenn ein Prophet danach kommen würde, würde der Prophet sagen, pass auf, ihr habt hier das falsch gemacht, hier das falsch gemacht, hier das falsch gemacht und das ist verändert worden und das. Wie der Prophet selbst mit der Bibel gemacht hat, dass die Dinge, die falsch dort drin sind, klar erläutert wurden im Koran. Kreuz, Tod und so weiter. Ja, dann. Weiter. Dann sagen wir, okay, wie hat denn der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, diesen Koran fest erklärt? Weil Allah sagt im Koran, wir haben erst gesagt, Koran mit Koran und dann, was noch? Koran mit Sunnah. 2. DEN